Wir haben ein weniger! Macht weiter Druck! Ich geh von rechts ein. Und bei dir ist irgendwo noch einer. Pink, 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 Pink! Beschütze, Achtung. Ich nagel ihn fest, baller was er zöckelt. Na, ich muss nachlaufen. So, hier unten links müsste es irgendwo... ...runter gehen. Da unten sind die Zelte und die Waffendepots, da will ich hin. So, irgendwo ist hier ein Seil, linke Seite, ne? Ja, ich schalte... Guck mal hier rechts bei den... Immer mal bei den Fahrzeugen. Manchmal liegt hier auch noch was. Hier ist noch eine... Hier sieht alles okay aus. Kerntemperaturabfall intakt. Ah, hier ist das halt. Das da hinten ist noch was? Willst du noch nach hinten? Schadkönner. Ja, machen oder nicht? Ist nur rot. Was? Hast du ihn abgeklappt? Ich schalte das Zeug. Ich schalte das Zeug. Okay, unten sieht gut aus. Sie verlassen aus. Nein, 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 nein! Scheiße, da sind sie! Alles okay? Ja. Ja. Der eine hat sich da versteckt. Das sind rote, also bei mir. Weißt du, ich steh neben dem Seil. Warte, ich geh hin, schauen. Da sind noch mehr. Pass auf. Weiß mich mal ein, wo sie sind. Dann kann ich sie von oben wegsnipern. Ne, pink. Okay, nimmst du die... Okay. Wo ist der pinke? Äh, mir... Warte, ich schmeiße eine Kanate. Ich schmeiße eine Kanate. Okay. Schadkönner's da rum. Oh, ein Ingenieur wieder. Nimmst du den linken roten? Ja, nehm ich. Geht der Liederinspekt tot? Ich... Junkiere. Ist gleich jetzt weg. Hab den Kopf nicht. Kann's haben. Brauch ich nicht. Hier ist ne Waffenkiste. Ich öffne mal. Ja. Blau. Willst du die? Was ist das? Äh, ne. A1. Ne. Was? Hier geht's noch weiter nach hinten. Ich geh mal da hinten schauen. Vielleicht... Ja, das geht. Das geht noch richtig weit. Da kommen wir ganz weit weg. Aber können wir gerne mal hin. Das ist hier diese eine, wovon ich dem erzählt habe. Da kommst du jetzt bis zum, äh, Endboss Level. Wo der Helikopter kommt. Oh shit! Und wo sitzt du links, rechts? Rechts. Alter. Weißt du, sie reden nicht mal. Shotgun, und ne. Die Knieschoner kannst du haben. Okay. Nehm die Dings mit, die kann man zu legen. Ja nehmt du's. Irgendwer redet noch, aber ich glaube die sind über uns. Hier ein erste Hilfeset brauchst du? Ne, hab zwei. Wieso, der nimmt auch. Warte, ich setz eins und dann nehme ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Du setzt eins ein und dann... Mein Rucksack ist fast voll. Ich muss gleich mal zerlegen. Also der Tunnel hier ist noch richtig lang, ne? Ja. Ja, das ist gut. Dem folgen. Und... Ne, hier ist der Ende. Ne, ne, hier links. Schuhe brauchst du. Links geht's rein. Hier ist ne Tür. Äh, hier rechts ist ne Tür. Oh, schön, hast du noch was bekommen? Ja. Hier rechts ist die... Aber das ist Kontaminierung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da rein kann. Geh mal rein, ob er die Maske aufsetzt. Ja, warte, ich schau gleich. Ich hab hier noch eine bessere Weste bekommen. Schuhe. Damit ich nicht gleich erfriere. Ne. Hier ist zwar Bio-Hazard, aber... Mal kurz auf die Karte. Hier ist ne Waffenkiste. Ja, hier geht's noch weiter. Wirst du ne AU? Da soll ich die nehmen? Nimm du die auf. Ich brauch keine AU. Okay. Gut, dann habe ich schon mal ne pinke Waffe, ist sehr gut. Da oben geht's raus. Wir gehen mal hier rechts weiter lang. Da kommen wir noch ne ganze Ecke weiter. Stoffteile. Was ist in diesen Teilen drin? Nahrung? Wasser. Hier ist Clear. Ich geh rechts. Hier ist noch Elektro und Waffen-Teile. Ja, nimm du die Elektro. Nimm einfach beides. Nimm beides. Ich hätte vorhin zweimal blau, äh dreimal blaue Elektrik bekommen. Was sagt denn deine Zeit? Wie viel hast du noch? Keine Ahnung. Ich hab immer eingesetzt Medizin oder... Okay, gut, mach das. Das ist gut. Wir sollten uns immer noch was aufheben, weil in der Dark Zone gibt's das Zeug nicht, ne? Ja, okay. Ja, ich hab noch ne Spritze und ne Tablette und meine Zeit sagt... 29. 32. 32 sagt meine. Hier ist Suckers. Rechts müssen wir... Was ist das? Alarm, Infektionsausbreitung gestoppt. Vorsicht. Blau, der Lieder. Der sieht uns. Links. Links oben. Noch mehr blaue. Ich muss zurück. Ich hab keine Deckung hier. Ja, bleib, bleib. Was kommt? Wo ist ein Ritter? Wo ist ein Ritter? Da kommt noch mehr. Warte, du musst da... Warte. Der stirmt, der stirmt. Der stirmt. Der stirmt. Den stirmt. kriege ich wenn er guckt muss da aufpassen rechts ist glaube ich noch einer der ist genau links von dir links ist nix danke danke lebensretter links ist der ausgang links müssen das ist noch mal eine lmb basis ja mal aufpassen warte ich grüße schnell snipe aus ok noch in seinem todes ding ist noch gequatscht 17 körpertemperatur sinkt unter den normalen wert zwei fasst du markiert ist das nee das ist kein selber gehen wir hier lang links genau das sieht aus wie eine statu ja ja ich wollte gerade sagen vorsicht okay wie geil war das denn alter hatte ich auch so halten der eine stand so drauf ja ich habe gedacht das ist eine statu hier war aufwerten die ganzen waffenkisten sind auf da ist noch eine feuerstelle oder kommen wir von ihnen ja auch schön ja zwar ich brauche nicht mein feuer ich habe 19 ich bin jetzt bei 14 und hier und ich habe noch 25 minuten die zeit läuft wie da ich habe keine ist also ich habe noch eine spritze aber ich habe sie auf vorsicht hier ist das russische konsulat sind viele sechs sogar würde ich sagen also bleibt nach ich muss nach warten ich muss nach warten ja alle tot was sind da oben zweimal gelbe gegner ne 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 äh nicht gelb rot ja rot ja ich hab die bombe hier nicht links gesehen ja bleib m4 leichtversion die gefällt dir kann sie haben vor allem die gefällt dir ja die gefällt dir ist doch so m4 du spielst gerne m4 leichtversion das weiß ich doch als liberator vielleicht aber infektion schreitet voran hier ist nix keine tür kann man öffnen wir brauchen ein safehaus so warte mal wo sind wir denn hier da hier unterschlüpfe jetzt ist gerade aufgetaucht hier alles wir nehmen das hier raus tür links lang und dann gleich wieder die erste rechts an der straße körpertemperatur sinkt unter dem wert ja ich lauf weiter mineralwasser schmerztabletten ja mann wenigstens das ich werde so eine medizin dass man länger leben kann also voll ja rechts rein aber sieht mir auch nicht wieder nach dem safehaus ne achtung so macht man das heißt hast du gesehen ja ich komme ich komme komme ich bin da vierer trupp hier vier reicher ganz rechts ist noch einer wo die renktiere sind hier ist ein schutzraum ja unterschlupf sind wahrscheinlich nur so eingänge infektionsgrad nimmt zu ich habe mir spritze gedrückt jetzt zählt hier war ja ja hier liegt noch der eine schalte nicht liegen lassen einfach mal an allem vorbei rennt hier waffen teile elektro okay die beiden haben es nicht geschafft da von hunter getötet von hunter getötet es gibt ja ein trick ne also habe ich gelesen ich weiß nicht ob es funktioniert aber angeblich soll wenn du einen hubschrauber holst verpiste dich einfach wie bescheuert von dem landeplatz und gehst einfach zu einem anderen und holst nochmal einen hubschrauber und dann sollen keine kommen weil pro spieler nur ein hunter kommt in der abholzone also kommen zwei hamster bei uns kommt zwei unter ich habe gedacht letztens waren es drei mit bei der leck und mir wo ist denn hier der eingang jetzt wird es wird 111 okay ich fliere nicht mehr sehr gut weil ich muss um meine fähigkeiten zu reisen warte schlatschner bei sein der leck ein ich habe noch 19 minuten vorläufig gestoppt wie sieht es bei dir aus 14 ok dann los ja jetzt laufen wir lassen uns zeit wir lassen unsere zeit wir gucken erst mal in ruhe wo der virus ist 50 meter weg vom eingang bei mir 200 irgendwas gehen wir dahin wo es mehr ist nicht dass wir da wieder so eine reaktion machen wie bei der sich hier können wieder irgendwelche wollen und haben wir es gerade wieder verweckt ja ja noch 14 minuten vielleicht machen wir gehen jetzt diese hast du eigentlich die einen ding ist jetzt gebaut verbesserten oder nur den normalen tüter verbesserten okay gut dann können wir den notfall auch vor gegner abhauen in die unteren katakomben hast du den puls ausgerüstet ja dann machen nein also bei mir ist also bei mir ganz oben im norden ist er bei mir in der dachse und sechs bei mir auch bei mir bei mir dachse und fünf weg machen da wird der heizung hat sich wer hast du gesehen links hat sich einer auf der anderen seite von dem gebäude geheilt woher mehr infektionsgrad nimmt zu geschützt geschützt der hat eine schrug dritte pass auf hier nehmen du das jetzt kanaden drin vielleicht kannst du kaufen es kann man geht gibt es hier pvp nicht auch in der darkzone pvp hier ist ein fass ja brauche ich nicht ich bin ich habe eine epische pudelmütze sieht voll scheiße aus aber hält man hier hatte die die leck sein schockerlebnis mit der u-bahn wir gehen da nicht rein wir können nicht fahren wollen wir ja ich habe schmerzmittel medikament soll ich mir die gleich spritzen eine ganz puls oder so ich habe ja auch blöd ich habe ja mir vergisst das und wird sie ganz so wenn du willst hier rechts ja ich habe mich ja wie man die wischen tech bekommt bei diesem spiel weil ich habe ich noch irgendwie noch keins gefunden wo man was einsammeln kann ich hier lag eigentlich immer die wischen tech aber liegt noch ein rucksack wasser da schaut gerne da ist noch etwas anderes was ist das da rechts ingenieur lilan ingenieur und hier lila shotgun ich weiß wirklich meinen heilposten in sicher sicher und wo sein hat und geschützt ich nage ihn fest ich pushe 30 schuss ok ich habe noch neun minuten ja dann müssen wir gas geben dann wird das nichts mehr mit loot einsammeln aber keine euro action version wir gehen hier alles noch schön gediegen ja müssen wir auch dass wir erst mal richtig reinkommen das ist die nahe bei mir zwei wir brauchen zwei flergerns du fast eine ich brauche eine wenn man einen schrauber machen wir haben keine gebraucht nehmen machen wir noch wir wollen erstmal dass der nachgeber zum safe aus wenn wir das gemacht haben wir rufen den ersten hochschau und verpissen uns gleich wir probieren das mal ob das geht laufen automatisch zum nächsten da müssen wir nicht hin lassen leben wie viel habe ich denn noch 14 minuten habe ich noch ok aber ich habe nichts mehr kein schmerz kein gar nichts für die bergung benötigt die glas ist ohne nicht gefunden ja ist ok da haben wir doch schon mal eine abholstelle das ist gut dann können wir da holen und rennen gleich weg und rennen weiter nach süden kommen wir hier durch brauchen wir nur ein medikament pro team oder benötigen wir zwei klar jeder braucht sein eigenes medikament aber ich glaube da brauchen wir nur eins wichtig ist dass jeder von uns mindestens einen division tech hat das ist das problem dass wir uns jeweils eine flergern herstellen können die einfach looted weiß er ist gott von verrecken aber denen das aber ich habe einen delay auf jeden fall die spawnen bei mir einfach die heilung hat genau ein segment ist ja richtig geiles ich habe die schmerztabletten für mich geiert ich habe die frechheit rausgenommen ja deshalb habe ich sie genommen hier ist noch einer ja ich sehe nicht du musst dir direkt ich habe kein kurs ja ich gehe letzten laske hochgehen dahin okay ach so da ist deine markierung ich sehe ich sehe ich sehe hier ist ein boss neun gegner goldene ich weiß was wollen wir hier gibt es keine wir müssen irgendwo uns verschanzen gibt es doch gar nichts wo wir uns nicht verschanzen können hier oben hier oben hier oben container ich muss tabletten nehmen kannst du auch runterspringen ja ich muss runter muss man auch wissen dass er nicht hoch kommt alter ja ich habe ihn auch zu spät gesehen zurück hier komme ich rein da kommt noch mehr alter kannst du da einiges medikit benutzen ich muss runter ich muss auch noch warten ich habe mich selber geschockt scheiße also kommen lasse kommen ich muss runter die sind ineinander okay beide sind tot und dann hat bernd ist noch da irgendwo und dann hat bernd ist noch da irgendwo heilstation kommt moment hier ist nix unter uns kommen sie die treppe hoch komm schnell komm warte ich helfe dir ein ingenieur mit strotflinte mit der granatenbären sauber so jetzt nehme ich auch mal zwei kisten damit wir mal ein bisschen wie ausgerichtet wird dann zeig mir mal wo jetzt hier ein komisches ihren ding liegt hier oben sollte es sein das ist kiste hier oben ist das ich hab's ich hab's hier sehr gut die vision tech auch für mich cool wir können zwei flair ganz herstellen so denn nix wie los ich habe neun minuten es ist auch ich habe medikament bekommen dass wir vielleicht rein damit infektion vorläufig gestoppt ja ich habe auch eins wir müssen nach süden runter ich habe es markiert auf der karte hier ich habe jetzt vier wie viel hast du 3 von 6 nehmen das 4 4 von 6 hier konnte man nicht nur mitnehmen wieso geht es nur 6 ja hier ist noch wenn man das mit loslaufen jetzt gerade gar nicht was die flergern für material ich weiß die vision tech auf jeden fall werkt ja ich ja wenn es nicht geht ich stelle ich ein paar motze die kannst du dann zerlegen ich habe elektronik elektronik habe ich zwei goldene das hier rechts hier vorne rechts sind lb leute meistens nimmst du es nimmst du gut ist unter uns sind so also eine halt station und heilung kommt echt geil auch wenn sie nur scheiße hält aber so diese paar millisekunden die rettet ein echt noch im treppenhaus gekämpft ohne deckung das sind mods ja mods ich nehme hier die waffenteile naja nimm alles mit auch schon wieder gespawnt einfach scheiße vielleicht solltest du vorrennen ich sehe die nicht links ist einer ich nehme den linken links ist tot warum habe ich denn so ein delay das hinter uns hinter uns noch irgendwo da gut hier safe aus ich höre noch mehr gegner ich bin im safe aus ja ja ich glaube schon ich komme ich komme ok ok nur dass du nicht kämpfen willst und ich dir nicht helfen kann ähm du brauchst nur eine waffe das heißt wir müssen irgendwo waffen herkriegen mehr nicht das heißt oh es sind noch drei übrig wir beide plus einer noch so weißt du was wir jetzt machen wir holen den hubschrauber und verpissen uns ok weil das ist wie ein offenes gelände und der kann uns hier richtig maß nehmen die beiden wir müssen mal kurz gucken wo ist denn süden da ist süden da ist ja nichts abwürdig da rennen wir lang kann es ja schon mal ein bisschen südlich bleiben wo ist denn hier der landepunkt hier geradeaus hier 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 ja aber wenn wir ja ja stimmt habe nichts gesagt aber hier gibt es hier kann man sich nicht verstecken weißt du hier gibt die können ja ja und der leck und ich das erste mal auch versucht ok lauf schon mal richtung süden ich hole und dann bestimmt ich hätte natürlich auch gerne den luch von den handern aber aber die sind richtig krass zwei agenten nur noch wie er ist ja nur noch ja jetzt muss man gucken wo klima was mehr wo das liegt ich weiß wo ich weiß wo ich weiß wo kommen mit so ein u-bahn ok dann komme ich mit ja dann unten und dann genau da ist eine waffen kiste ja ja ich werde immer gespannt ob das klappt also ich habe noch sechs minuten steht bei mir drei minuten es wird schon grau was du hast kein du hast kein ding ist du hast dir kein filter geholt wenn wieder raus ich lehre an die mädchen und dann raus ich suche hier für dich weiter du hast ja kein filter gemacht ich habe aber nur goldenen ja aber du hast nur den ersten gemacht in advance hast du dir nicht gemacht rufst du musst und rufen kannst du noch einmal rufen mit der leuchte so lange einmal er ist doch noch da der schrauber also wenn dann können wir zurück und kämpfen ja müssen wir ja die beste das hier keine waffe ja auch dann und die zeit wäre zu knapp jetzt habe ich noch eine minute ja aber du schaffst es dann nicht ich habe noch vier minuten 20 jetzt wieder teufel kämpfen 30 sekunden 60 sekunden knapp der schrauber aber er kann nicht landen wartet landezone säubern 53 sekunden ja hier rechts links links zuerst ja er darf sich nicht heilen aber ich glaube die nächsten nehmen das bei 1 bei 1 genau bei 1 bei 1 sekunde hier steht jetzt so bergung im 10 bei dir jetzt so fällt der tod aus dem hutschrauber dann lache ich da ok guck mal hier an vier alter jetzt kommt es aber ja 9155 punkte ich habe 119.000 erfahrungsprogramm vier experte ja ich auch also müssen wir ja eigentlich nur ein medikament holen dann rufen und ja 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 aber vergiss nicht wir waren noch ein bisschen besser ausgerüstet als beim letzten mal wir hatten jetzt jeder von uns hatte lila also das macht schon einen riesen unterschied mann auch und schau reiss das macht schon ein bisschen besser ausgerüstet als bei 1 sekunde wenn wir jetzt so angeben könnten hier wäre jetzt so irgendwas über uns rüber so weißt du wir haben es geschafft wir sind jetzt einfach so 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 einfach so